Obst gegen Oertel, Thiemann auch dabei, und das ist etwas, was er sehr, sehr liebt. Thiemann, drei, ja! Im frühen Halbzeit. Thiemann macht da einen vorzüglichen Job. Ufa Bottermann mit dem Kick-Out, Pass für Johannes Thiemann. Jetzt direkt gegen Waagverschmüllung, gut gesehen, Thiemann, da geht rein! Mahoudoulou, auch der hat das Tempo da mal durchzugehen, findet seinen Teamkollegen Johannes Thiemann. Mahoudoulou gegen Dubjevic, Thiemann in der Mitte, viel Kontakt. Der Slip in der Mitte von Thiemann, der dadurch schnell attackiert, der Exenpass für Thais. Thiemann hat den größten Vorteil, hat die Ruhe, was für eine Fußabange. Und Thiemann ist da mit dem Stil, und wieder läuft der deutsche Fastbreak mit Andy Obst in der Transition. Thiemann ist da, und der fällt, and one, extra Freiburg.